In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... So ihr Lieben, ich hab mich jetzt fertig gemacht. Wir wollten in die Arkaden. Oh, ich sehe gerade, ich hab keinen Akku mehr. Scheiße. Ich muss schnell meinen Akku aufladen. Hallo. So ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen. Ich kann mir was vorstellen. Genau, wir wollten eigentlich Badeanzüge für uns kaufen, aber wir haben jetzt nur für die Lina welche mitgenommen. Und zwar einmal den hier für 9,99. Das ist jetzt Größe 98,104. Und einmal den hier von Minimaus. Der ist auch ein 98,104. Krass, guck mal, den machst du von oben zu. Niederlei. Also, der hat jetzt drei Badeanzüge für den Urlaub. Das reicht auch. Jetzt sind wir dran. Aber das müsste auch heute ankommen, eins von denen. Ich hoffe, das passt, Schatz. Scheiße, ich krieg das nicht, willst du? So jetzt. Ja, dann waren wir noch einkaufen für zu Hause. Und zwar habe ich ein zweimal für Lina diese Mais, wie heißt sie noch, Maisgebäck mitgenommen. Dann für Orgel habe ich Schwarztee. Schatz, du hast das in letzter Zeit gar nicht mehr getrunken, ne? Ich schwöre für dich dann. Zum Frühstück. Dann für Lina diese Salamis. Schatz, die kosten jetzt drei Euro, ne? Voll teuer, ne? Findest du nicht? Wie viel? Drei Euro. Dann einmal Geflügelfleischwurst mit Paprika. Letztes Mal habe ich das falsche geholt. Und zwar mit scharfen Peperoni. Dann habe ich für Lina ein Shampoo mitgenommen. Und der riecht so gut. Der ist von Ebi Baby. Die Marke ist, soweit ich weiß, in der Türkei sehr, sehr lieb. Willst du mal riechen? Selmich. Ja. So, dann haben wir mitgenommen zweimal Sonnenblumenkerner. Wir hatten keine mehr da. Und ich finde, das sind wirklich die Besten. Also wenn ihr die braucht, dann macht ihr nichts falsch. Dann haben wir eine Gurke mitgenommen. Dann einmal diese Käse-Sticks. Arabisches Brot. Dann habe ich zehnmal von diesen Eidams mitgenommen. Lina liebt die. Und die kosten nur 19 Cent. Dann lohnt es sich, solche zu holen, anstatt die großen Flaschen. Weil das ist billiger und landet dann nicht im Müll, falls nicht getrunken wird. Dann habe ich Bohnen mitgenommen. Schatz, hast du Lust auf Bohneneintopf heute oder auf Kumpirsch? Mach ich auf Kumpirsch. Echt? Ja, machen wir. Also einmal Bohnen. Dann habe ich diese großen Kartoffeln mitgenommen für Kumpirsch. Dann haben wir Erdbeeren mitgenommen. Was noch? Dann einmal Oliven, die schwarzen. Ich liebe ja die schwarzen Oliven. Dann habe ich einmal Joghurt mitgenommen. Dann für Lina diese Cracker, diese Fischcracker. Dann Bohnen. Dann habe ich so einen Klapperschampon mitgenommen von Dorf. Das ist jetzt mit Shea Butter und Vanilleduft. Das riecht auch ganz gut. Kostet 2,91. Aber ist echt kostig. Die Packung, glaube ich 0,5, ne? Ne, sogar mehr. 750 Milliliter. Dann noch mehr Eidern. Was noch ist? Dann habe ich einmal Kerzen mitgenommen. Aus der Dose. Und ein Blumenkohl. Das war es auch. Achso, und noch 2 Kappen sollen. Aber Lina wollte lieber Eidern trinken. Ja, das war es auch. Ich sortiere das jetzt an und dann mache ich später Kumpel. Ich nehme euch natürlich wie immer mit. Weil einige wissen, glaube ich, nicht, wie wir das machen. Und das schmeckt super, super, super lecker. Ja, ich werde uns meine Badehosen wahrscheinlich aus dem Internet bestellen. Ich schaue mich mal gleich um und zeige euch dann, was es geworden ist. Ja, aber erstmal muss ich hier alles einsortieren. So, ihr Lieben, ich habe euch ja gesagt, dass ich für mich selbst Badeanzüge bestellen möchte. Das mache ich jetzt über egral.de. Ja, ich habe euch die Seite schon mal vorgestellt. Man kann da Cashback verdienen. Das heißt, ihr kauft ein und verdient dabei Geld. Spart Geld. Und das wird dann hier gut geschrieben. Man sieht, ich habe bis jetzt 23,40 Euro gespart. Und ab 20 Euro kann man das auszahlen lassen. Unten ist ein Link, über den ihr euch anmelden könnt. Dann kriegt ihr statt 5 Euro Bonusguthaben 10 Euro Bonusguthaben. Das heißt, ihr müsst nur noch 10 Euro sparen, damit ihr das Geld auszahlen könnt. Hier könnt ihr dann gucken, welche Firmen alle mitmachen, welche Online-Shops. Das sind über 1.500. Das ist sehr, sehr viel. Und hier habt ihr dann immer den Überblick, wer wie viel Cashback momentan anbietet. Hier ist zum Beispiel Gratis-Versand bei Deichmann plus 5% Cashback. Dann haben wir hier bis zu 10 Euro Cashback bei Otto. Und es gibt natürlich Tage, da geht das richtig hoch. Also die Prozente. Ich wollte jetzt die Badeanzüge über Otto kaufen. Dann klickt man einfach drauf. Dann wird der Cashback aktiviert. So, der ist jetzt aktiviert. Und hier weiter zum Shop. Und hier steht zum Beispiel 2,50 Euro Cashback für die Bestellung mit dem Netto-Warenwert von 30 Euro. Das geht dann immer höher. Umso mehr man bestellt, umso mehr Cashback. Dann schreibe ich hier ganz normal Badeanzug-Damen. Und dann kommen auch direkt hoch. Dann kommen auch direkt die Badeanzüge. Dann könnt ihr einkaufen. Und das Cashback wird direkt gut geschrieben. Ja, die haben sehr, sehr schöne Badeanzüge. Ich bestelle dann mal mehrere, weil ich nicht weiß, wie die sitzen. Das ist halt das Gute beim Online-Shopping. Vor allem, was mir sehr gefällt, ist, dass man Cashback bekommt. Das heißt, du sparst beim Einkaufen und du kaufst ja ab und zu wirklich online ein, wenn du Stress hast mit dem Kind beim Einkaufen. Und da finde ich die Seite wirklich perfekt. Weil, warum soll ich nicht hier über E-Gral einkaufen, wenn ich 2% Cashback bei Mediamarkt bekomme, wenn ich mir eine Kamera für 500, 600, 700 Euro kaufe oder einen Laptop oder sonst was. Das ist wirklich viel Geld, Leute. Wie gesagt, ihr könnt euch unten über den Link anmelden. Und dann kriegt ihr 10 Euro Stadtguthaben. Und bei 20 könnt ihr das sofort auszahlen. Ja, ansonsten habt ihr hier wirklich so einen Überblick, wer wie viel Cashback anbietet. Zum Beispiel hier 5 Euro Gutschein ab 50 Euro Mindelsbestellwert plus 8% Cashback. Das ist auch viel, finde ich. Ihr kriegt einmal einen Gutschein plus Cashback. Das ist viel. 120 Euro Cashback statt 70 bei O2. HelloFresh macht sogar mit. Und ihr wisst, die HelloFresh-Box benutze ich auch. Das ist auch der Hammer. Da könnt ihr sogar noch Cashback bekommen. Plus eine Rabattaktion, wenn ihr eine habt. Ja, ihr Lieben, ich wollte euch das kurz zeigen. Weil ich habe euch das schon einmal vorgestellt. Und das haben sich auch einige angemeldet. Und haben auch gesagt, also haben sich wirklich bedankt, dass ich das vorgeschlagen habe. Weil die auch sehr gerne online bestellen. Vor allem bei Asos und so. Hier machen wirklich sehr viele bekannte Marken mit. So, ich habe jetzt Asos angegeben. Asos, Zalando, C&A, About You. Also das sind wirklich... Und ihr könnt natürlich auch fürs Baby einkaufen, ne? Über Otto. Ah, Ernstling's Family macht sogar mit. Hier könnte ich auch zum Beispiel für Lina Badeanzüge bestellen. 8% Cashback für jede Bestellung. Das finde ich total cool. Wirklich. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und hoffe, ihr spart auch mit Igral. Also ich bin sehr begeistert davon. Ich sehe gerade Ernstling's Family hat momentan noch 20% auf alle Dekoartikel und Heimtextilien. Also das ist ja der Hammer. Und dann nochmal plus 8% Cashback. Da schaue ich mich mal sofort um. Und ja. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. So, ihr seht, ich habe jetzt das für die Ofenkaterfellen das Innere vorbereitet. Hier haben wir diese Gurken aus dem Glas. Oliven, Peperoni. Dann haben wir hier Geflügelfleischwurst. Mais. Erbsen. Und hier haben wir Würstchen. Würstchen. Die muss ich aber noch in Tomatenmark anbraten. Und da hinten haben wir Käse und die Teller dafür. Und Jena isst hier Fleischwurst. Lecker? Ja. Ja, und dazu gibt es natürlich Eidern. So schmeckt es am besten. Ja, Eidern. Und darauf kommt noch Kräuterkork. Ich habe jetzt den vom Rewe. Das ist aber egal, wer es schnee verwendet. Und ich benutze jetzt den hier. Und ich benutze jetzt den hier. Aber I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore. Oh no. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe geduscht, habe hier aufgeräumt, wie ihr gesehen habt. Ich gehe jetzt auch schlafen. Ich bearbeite jetzt das Video hier und würde sagen, wir sollen uns schaffen gleich die Tage wieder. Tschüss.